Psalm 82 Der höchste Richter Ein Psalm Asafs Gott steht in der Gottesgemeinde und ist Richter unter den Göttern. Wie lange wollt ihr Unrecht richten und die Gottlosen vorziehen? Schaffet Recht dem Armen und der Weise und helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht. Er rettet den Geringen und Armen und erlöst ihn aus der Gewalt der Gottlosen. Sie lassen sich nichts sagen und sehen nichts ein, sie tappen dahin im Finstern. Darum wanken alle Grundfesten der Erde. Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie ein Tyrann zugrunde gehen. Gott, mache dich auf und richte die Erde, denn du bist Erbherr über alle Heiden. Götter und Lodok